Ja, schönen guten Abend erst mal. Es deckt uns eigentlich wie folgt. Ich hatte den Eindruck, dass die Tore sehr, sehr ungünstig Zeitpunkt zu feiern sind, gerade im ersten und dann auch noch mal kurz vor der Pause, sodass wir eigentlich das, was wir uns da nicht vorgestellt hatten, nicht so umsetzen konnten. Wir wollten eigentlich lange die Null halten und immer wieder versuchen dann auch die Nagelstiche gegen den Weg zu setzen. Aber wie gesagt, die erste Minute hat ja schon so einiges uns aus dem Konzept kommen lassen. Und ja, im Laufe des Spiels sah es eigentlich so immer aus, dass Mettmann natürlich auch als Spieler den Platz verlässt. Ich fand es sehr positiv von meiner Truppe, dass wir dann noch mal den Vorschluss der wirklich Charakter gezeigt haben und wieder zurückkommen konnten mit der 3-2. Und ja, ich hätte gerne da noch fünf Minuten mehr gespielt. Und die werden dann beobachtet, wie dann die Knie anfangen zu schlottern.